Hallo zusammen, neue Videoaufnahme direkt über YouTube. Ich hoffe, dass die Qualität jetzt besser ist und auch der Ton. Vorhin bin ich mit dem Transrapid gefahren. Wir sind extra nach dem Training direkt mit dem Taxi zu der Station. Und um mit dem Transrapid zu fahren, der fährt zweimal am Tag 430 Kilometer die Stunde. Also ich fand den Ausflug cool, weil es hat echt Spaß gemacht und ich lade nachher noch ein paar Bilder hoch. Und es war beeindruckend zu sehen, wie schnell man da wirklich ist, direkt mitten in der Stadt. Und auch, man hat überhaupt keine Schienen oder irgendwelche Elektronik gesehen, sondern nur solche Betonplatten, wo da dann irgendwie rüberfliegt. Also das fand ich beeindruckend heute. Also wer nach Shanghai geht, kann den gerne benutzen. Ich würde es empfehlen. Nicht, dass ihr denkt, ich mache hier nur Ausflüge. Ich bin natürlich hier wegen der Weltmeisterschaft und heute war ich das erste Mal in dem Trainingspool. Und mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Also es ist ein Riesenpool. Ich glaube, es passen 12.000 Leute rein. Ich werde dann nachher auch nochmal ein Bild hochladen. Und ihr könnt es ja dann hoffentlich im Fernsehen angucken. Ich informiere euch dann auch nochmal, wann die Wettkämpfe gezeigt werden. Das Training war okay heute Morgen. Ich hatte am Dienstag eine sehr gute Einheit, aber es könnte auch noch ein bisschen besser werden. Aber ich bin zuversichtlich. Ich freue mich auf die Wettkämpfe. Und genau, bis zum nächsten Mal.